Wir haben verstanden. Los geht's, Kemp. Es ist eine Minute zu zweit. Macht euch auf den Weg. Hauptsache, ich würde es halt nicht mehr losfahren. Hannibal, was soll denn das? Du solltest mit der Schwanzarbeit aufhören. Das könnte dir mal zu verhindern. Ja, und wenn du mal in das Äpfelchen rausbeißt, dann landest du direkt im Haus der Pustartentür. Sie ist doch keine. Sie ist eine. So, und ich bin dann hier vorbeigefahren. Wie sie durchstanden mit ihr? Oh, du bist kaputt. Aber nein, 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 weiß ich sie genau. Ich bitte, wusste nicht, dass ich dich abwarten musste, bevor die Falle zuschnappt. Hey, da sitzt ich jetzt hier nur vor unserer Tür. Oh, so.